Und dann sind wir wieder zurück hier bei TTT. Wir haben einen super gruseligen Skin. Guck mal, die Blicke verfolgen einen richtig. Das ist so ekelhaft. Warte, 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 warte. Die guckt immer zu einem hin. Nee, zu mir aber nicht. Ich hab grad irgendwie ein Störbild da in deiner... Oh Gott, jetzt hat sie mich angreift. Jetzt Tobi. Tobi ist grad AFK. Erik, deine vier Augen sind aber schon nice, ne? Tobi, steh mal auf, grade. Boah, netter Arsch. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Warte, ich mach mal aufholster. Was ist da los? Jetzt guck mich mal an, Tobi. Schau mal zu mir. Boah, ist das ekelhaft. Guckst du mich an? Ja. Bei mir habt ihr grad gar keine Augen. Aber normalerweise gucken die Augen immer so von oben an. Das ist echt so bescheuert. Hä, was ist denn mit deinem Bein? Was ist mit deinem Bein? Was ist denn mit meinem Bein? Sein Bein dreht sich bei mir die ganze Zeit um 360 Grad so kurz. Was? Ja, wenn du so hockst. Warte mal, mach ich das auch? Guck mal, mach ich das auch? Wie? Ja, grad eben, hat das irgendwie so gestackst. Geh mal... Ja doch, jetzt wieder. Wenn du so links rechts gehst, so, oder? Aber trotzdem geil, auch mit den Haaren, dass die animiert sind, das ist schon... Sieht schon sehr cool aus. Auch die Brustphysik ist sehr... Ja. Wo ist der Curry? Du musst dir mal den Hintern angucken. Ich bin hier hinten. Der Curry muss grad im Trader mal was gucken. Guck mir die Karte an. Mhm. Hä, man kann hier keine Tür aufmachen. Das wird's heiß. I ain't got time for date. I ain't got time for date. Oh nein. Was? Oh nein, 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 nein. Was denn? Was denn? Was ist los? Ich glaube, ich hab einen großen Fehler gemacht. Was denn? Hilfe. Kann mir jemand irgendwas hier runterwerfen, wo ich drauf springen kann? Warum? Äh... Wo bist du denn? Hier unten im U-Bahn-Schacht. Warum existiert dieser Raum? Hä? Bist du auf die Gleise gesprungen oder was? Ja. Aber warum? Ja. Pan, warum springst du auf Gleise? Pan, warum? Ja, es hat doch keinen Sinn. Hilfe. Ich hab Gleise. Ich hab einen Stuhl. Warte, ich spring dir immer in den Stuhl mit. Boah, das wär super. Bleib hier drin. Ich hab Aua. Geh mal weg. Aua. Anna, geh doch mal vor mir weg. Was ist hier mit dir los? Du bist so aggressiv. Boah, Tobi, ey. Ich bin aggressiv. Kein Bock auf dich, Anna. Boah, Tobi, sowas kannst du doch nicht sagen. Ah, super. Wo bist du? Ah, da. Hier. Mein Stuhl. Oh, warte. Will was? Tobi, scheiß aufs Gleis. Tobi, scheiß aufs Gleis. Nein, komm. Warte mal. Dreh dich. Dreh dich richtig. Ja. Hä? Wo ist er? Wo ist er hin? Ah. Okay, ihr könnt so lang weiter spielen. Ich beeil mich hier. Geht schon. Geht schon hier. Wie? Huf, was ist das denn? Warte mal, ich kann mal probieren. Warte mal, warte mal. Hier, guck mal. Boah, das wäre super. Juhu. Warte, geht das? Ja, danke. Ach, guck mal. Ich geh schnell, ich bin kein Traitor. Ich bin kein Traitor. Aua. Mülltonne. Grandale. Grandale. Oh, 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 oh. Was sind da hinten los? Fiespollsachen. Was sind da los? Ja. Mülltonne. Schalke. Rot-Weiß Essen kann man nur vergessen. Oh Gott, Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen? Meine Oma war großer Fan. Die ist wirklich auch zu Spielen gegangen mit Schalen, Mütze und allem drum und dran. Wir hatten auch Fahnen bei uns zu Hause hängen, so Flangen. Die waren mal richtig gut dabei eigentlich. Fahnen, fahnen, fahnen. Ich räum auf. Erik ist es. Was denn? Ach ja, jetzt bin ich es wieder. Erik ist übrigens auch Red Bull Leipzig Fan. Ja, na klar. Na klar, also RB Leipzig ist mir das Liebste. Das weiß aber jeder hier auf dem Channel. So, ich hab die U-Bahn aufgeräumt. Ja, cool Tobi, dann kann sie jetzt wieder losfahren, oder? Na klar. Schön hier. Hier, Aufnahmeraum. Ist ganz schön hier. Coole Häuser, aber irgendwie funktionieren die Türen alle nicht. Hä? Hier oben bei mir funktioniert jede. Was? Ja, hier im Badezimmer. Also hier funktioniert grad wirklich jede einzelne. Voll geil. Schöne Küche. Ja, das kann man machen. Ne, Pan, das geht so aber nicht, ja? Ja, das kann man... Oh, das ist ja interessant. Wie kommt man denn da rum? Was ist hier aber auch passiert? Warum ist hier alles so chaotisch? Ich verstehe. Ich verstehe. Wir werden es nie verstehen. Aber ich bin innocent. Und es sind nur 2 Minuten 22. Oh, ich fahr jetzt mit dem Aufzug. Geil. Du musst mal anfangen jetzt langsam. Ja, ja, ich starte gleich. Alles gut, Tobi. Wo fahr ich hin? Äh... Kannst du fahren? Ah, da. Alter. Hast gar nicht so zu tun. Wie kommst du noch rein? Ähm... Ja, hinter dir. Ähm... Oh, was ist das denn? Okay. Hey, warum geht das nicht? Ach, hu! Hä? Was denn? Nichts doch nicht. Ich hab mich erschrocken. Ja, ich wohne hier. Nein, wohnst du nicht. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Ich hab hier Miete. Ich ohne diesen Place. Ich hab hier Miete. Ich mach deine Sprüche nach. Ich hab hier Miete. Hey, mein Keller! Hui! Oh. Ein Fahrstuhl ist der geil. Hallo? Ähm... Ist das der geil ist? Fahrstuhl? Ich hab Angst. Der ist richtig geil. Oh doch, der ist... Der ist... Der ist geil. Der ist geil. Also der Fahrstuhl ist geil. Ah, Curry! 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 Hey, was willst du denn jetzt hier oben? Das ist meine Bude. Raus! Ja, das wusste ich nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Alles klar, ciao. Denken sie ich mach Witze? Raus! Ja, ich geh ja schon! Ich will Auto fahren! Wieso noch Oma die mit der Beratpfanne so hinterher rennen? Raus! Der ist scheiße aus! Du hast über drei Beine. Der ist scheiße aus! Horizon! Oh, bitte nicht erschließen, meine Hände sind ja grad ein bisschen schwitzig gewesen. Hä? Geht's hier nicht mehr runter? Ich will ja oben. Nein, du kommst nie wieder zurück. Shit. Ich hab einen Laden gefunden. Endlich kann ich mich jetzt selbstständig machen. Tschüss! Kasse. Kasse funktioniert auch noch. Ach cool, da bin ich ja auf 40 Sekunden, ne? Also so langsam wird's ein bisschen... Tja, das war der schädlichste Traitor in der ganzen Geschichte hier, ne? In History, Alter, in History. Du hast die Momente, Pan, oder? Ne, ich bin ich nicht. Also ich bin, äh, fein raus. Ja, dann ist er Tobi. Dann wird er dich gleich töten, pass auf. Ja, klar. Wo ist der Tobi? Ne, ich glaub, der Erik ist es. Der Erik wird's sein. Ich hab's doch gesagt, Leute. Der Erik ist... Und er weiß nicht, wo wir sind. Deswegen verzweifelt er jetzt. Hahaha, geil! Ja, siehste, deswegen hat er auch grad einen Bummern geworfen. Voll versagt. Wo geht's denn hier hin? Ach, krass! Erik. Boah, Alter, ich hab dir voll das Secret gezeigt. Ich zeig dir grad voll das Secret. Bei mir auf dem Channel grad zu sehen. Wir einfach nur die Views abgreifen. Das ist ja geil. Und hier ist noch ein Lüftungsschacht. Guck dir das mal an. Nein, das ist fünf Sekunden nur noch. Ich will hier rein! Werft doch die Bombe! Machen wir was? Kann ich grad nicht. Alter! Nein! Ich wollte dich erschießen! Alter Curry, warum machst du das? Ich war überhaupt nicht Traitor. Warum erschießt du mich denn? Ja, komm! Hä, ich war nicht Traitor. Wieso erschießt du mich? Was? Ach, Erik. Ich wollte grad nur zeigen, was da, wo der Lüftungsschacht hingeht. Nein, die Runde, die Runde war aus. Pass auf, ich wollte's grad zeigen, der Curry hat das jetzt echt vermiest für den Channel. Bitte unterschreib mir mal entsprechendes. Tobi, du warst grad Traitor. Ja klar. Curry, warum bist du denn bei mir in Error? Wieso bin ich jetzt in Error? Mit Zipfel, komischerweise. Du hast in Error mit Nase. Ey. Boah, Erik, ey, du kannst sowas doch nicht sagen. Was? Erik, was? Ne, Quatsch, Curry kommt ja nicht aus Indien. Äh. Scheiße. So. Da haben wir's nämlich. Weißt du? Und jetzt, jetzt wieder so tun, als wäre das das Furchtbarste, was man sagen kann. Mein Spiel ist abgeschützt, bin sofort wieder dabei. Pan ist draußen? Ja, ja, ich bin abgeschützt, ich bin sofort wieder da. Nein, Pan kommt wieder rein. Ich renne, ich renne. Okay, dann ist es. Der Curry ist es dann, ne? Erik ist es wieder. Ja, ich bin's immer. Ich sag's euch. Ich sag's euch, Leute. Okay, Curry. Also, Erik, wollen wir uns darauf einigen, dass wir... Curry töten? Haut ab. Ey, ganz ehrlich, was bist du für ein dreckiger Arschloch, Fichser, Tobi. Boah. Warte. Was ist denn jetzt los? Du kannst mich nicht töten. Der Curry ist auch schon für eine schlechte Laune, alles. Kann man ja auch mal raushängen lassen hier. Ich finde, ey. Scheiße. Verdammt, ey. Curry, komm mal aus dem Scheiß aufzugrausen, ich will dich jetzt endlich töten. Nö. Alles klar, ich töte dich jetzt nicht. Ich seh bis zu Tor. Ja, bring mich doch um, Mann. Ja, mach ich ja auch. Erik? Ja. Wie so ne Pussy da weglaufen würde. Komm doch, komm doch, Alter. Ja, weiß ich, wo du hin bist. Ja, komm doch. Komm raus, hier vor den Laden. Komm, mach an, da, komm. Komm hier raus vor den Laden, da wird sich der Treckiger, du. Mach mal Crowbar, du. Mach mal Crowbar, du. Mach mal Crowbar, du. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wirst du auch Crowbar, du, oder was? Nee, trau ich mich nicht. Machst du mich blöd an, Alter? Trau ich mich nicht. Trau ich mich nicht. Ich trau ich mich nicht. Wer ist denn hier Trader? Curry. Nee. Mal gucken, ich beobachte den mal. Geht's dir echt nur um im Falschum? Ich bin's nicht. 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 Da gab's übrigens noch mehr Frauen so von dem, also von dem Typ Skin hier. So wie die andere. Ja. Ich frau mal zuschauen. Wollt ihr mehr von diesen Babes haben? Dann kann ich schön fette Titten aufs Thumbnail hauen. Was? Was? Ey, Pan, das kannst du doch nicht sagen, ey. Fette, fette Titten. Das kannst du doch nicht sagen. Das war Tobi gesagt, ey. Ich meine kopulente Titten. Merkst du selber, glaube ich, ne? Merkst du selber. Okay. Merkst du selber. Seine Törtchen? Jetzt bin ich echt, weißt du, mit dem nehm ich nicht mehr auf. Was du schon, als du mir gesagt hast, Tobi, der ist echt armlos. Weißt du, ich hab's immer gut gemeint mit dem. Ja. Weil ich nie Freunde hatte. Weil immer der hässlichste in der Schule war. Bin ich heut noch. Erik? Ja? Warum stirbt denn hier keiner? Ja, weil du's bist. Ja, komm Tobi. Du bist Traitor. Du wirst mich jetzt gleich töten. Komm, töte mich, Curry. Töte mich, Curry. Ich bin Toto. Wie bekloppt bin ich denn hier? Hä? So bekloppt. Habt ihr Toilette gefunden? Ja, das wär toll. Geh mal fett kacken. Wer macht da unten Geräusche? Niemand. Äh, was ist das denn jetzt hier? Was denn? Äh, hä? Was denn? Nix, ich hab für ein Papier irgendwie. Da ist blau. Inception! Guck, wie der Traitor sich einfach nicht traut, ne? Echt, also ganz ehrlich. So ein richtiger L, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, man schlägt doch hier die ganze Zeit. Da oben. Ja, das war ich gerade mit der Crowbar. Achso. Okay. So, aha, hier geht's auch noch lang. Curry. So, ich bin versteckt. Der Traitor wird mich niemals finden. Ich bin jetzt versteckt. Ich kämp' jetzt. Ich weiß, was denn? Wo ist der Pan? Was denn los? Nein, ich kämp' jetzt. Ich hab mein versteckt. Pan, warum lachst du denn? Bist du tot, Pan? Ich bin Spectator. Ich darf reden. Achso. Hast du gelacht, weil ich gerade mal mit dem Brett runtergerutscht bin? Alter, das war so schäbig. Das führte halt in diese komische Luke rein und da komm ich jetzt nicht mehr hinterher. Das Trollbrett. Aber echt. Und jetzt weißt du nicht, wie ich hier runterkommen soll? Ich glaube, es ist so blöd, dass der Curry nichts macht, ey. Ja, komm, Tobi. Lass doch mal kochen zusammen, Tobi. Hä? Was? Für was? Irgendjemand von euch hat die Eier nicht in der Hose, Leute. Ihr müsst mal anfangen jetzt. Crystal Meth kochen, oder was? Oh, jetzt hab ich ein Problem. Das ist schon ein Ausgang. Hey, irgendjemand hat mich geschossen. Hey, 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 hey. Töte mich, komm, töte mich. Ich hab nicht auf die geschossen, ich hab neben dich geschossen, weil ich hier oben nicht runterkomme. Ja, ja, komm. Irgendjemand ist auch mal gut, ne? Ja, was machen wir da jetzt? Kannst du dich auf den Absatz springen, oder nicht? Also, am besten wär's, wenn der Tobi jetzt einfach den Erik tötet. Den hier. Ja, damit ich auch tot. Nee, also, wenn du drauf landest, bist du noch nicht tot eigentlich. Wie soll ich dann, hä? What the fuck, Alter? What the fuck? Curry, was los? Curry, was denn? Curry, was los? In welches Universum ist Tobi denn geflogen gerade, Alter? Ich weiß auch nicht. Curry, wovor steckst du dich denn? Wovor steckt sich denn der Curry? Wie geil! Wie geil war das denn? Hä, wo bist du denn? Heilige Scheiße, ey. Nein! Und ich hab grad gedacht, ich muss mir ein Jetpack kaufen. Was? Was hast du mit Tobi? Ich weiß nicht. Er hat da oben runter geflogen. Du bist da oben runter geflogen, weil du einfach ein schlechter Mensch bist. Was? Warum? Ich hab dir geholfen. Ich wollte dir helfen. Ja, aber ich musste, ich musste es tun, meine Regierung hat es von mir verlangt. Der macht das eines Altos und fliegt auf einmal in den Himmel. Wie geil das aussah. Ein Geschöpf schwarzer Magie. Da hat die Stille dabei. Du hörst du die... Ja, der ist hier zwischen, zwischen den Zaun halt so... Und dann weggeflogen. Aber wieso ist denn oben das... Der hat Hack aus mir gemacht. Wieso ist denn oben das Brett verschwunden auf einmal dann? Wieso ist das so runtergeklappt? Das war so scheiße. Vielleicht ist es ein Pit. Hm? Hm? Pit? 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 Du bist zu Recht gestorben gerade, Tobi. Du auch. Na gut, der stimmt. Hey. Hey. So, ich möchte gerne nicht Traitor sein. Wieso bin ich auf neuen Maps immer Traitor? Bist du schon wieder Traitor? Ja. Okay. Und das glaubst du mir, oder was? Aber wenn ich sage nein, dann glaubt mir keiner. Hey Tobi, Vorsicht. Ich stehe hinter dir. Okay. Wie? Geh weg mit deinem anderen Tag auch. So. Pan Curry? Pan. Ja. Nee, Frank. Ich baue mir jetzt ein Auto und verpiss mich. Okay Tobi, hau rein, Mann. Tschau. 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 Echt tschau jetzt. So, ich will nicht mehr Traitor sein. Für heute. Ich bin unkonzentriert. Das ärgert mich. Oh Leute. Es ist so eine schöne Nacht. Hallo. Hallo Pan. Hallo Pan. Hallo Pan. Hallo. Hallo Pan. Wo ist denn hier der Fahrstuhl? Wie macht ihr das alle? Was war das? Tobi Curry? Ähm. Natürlich sagt keiner was. Hallo? Es könnte sein, dass ich gleich auch tot bin. Derjenige, der dann hier rauskommt, der isset. Leute? Thomas? Ja? Achst du, Alter. Mann. Ey, ey. Warum? Weil ich dachte, das wäre der böse Wicht. Du Arsch. Ich sag hier, ich bin unkonzentriert worden. Wo ist der Fahrstuhl? Äh. Einen runter. Hä? Warte. Das mit dem roten Knopf, das ging doch nicht. Doch, das geht. Du musst nur warten, bis der Fahrstuhl kommt. Ich habe gerade gedrückt. Ja, das dauert. Warte. Warte. Ich habe gerade gedrückt. Das Problem ist nur, ich habe gerade jemanden schwingen hören. Mit dem Umrang. Oh mein Gott. Curry, das hat so geil gewesen. Curry, das hat so gut angefangen. Curry, du bist so schlecht, Alter. Du bist so schlecht. Ey, dieser scheiß Streifen von dir, Tobi, ey. Ja, geil. Die Bahn wäre jetzt hier hochgefahren, wäre voll in den Laser. Mann. Curry, das war übrigens jetzt auch getötet. Mit dem Laser? Ja. Ne, ne, das war das C4. Ich bin aufzuggefahren. Die Curry geht auf den Putz. Der Curry macht dann letztendlich mit C4, ne? Ja. Ja, ja. Damit alle denken, ich bin sowas. Ja, ja. Ja, genau, das war mein Grund. Das war der Einzige. Dann hörst du, wenn du das Torbleck hingen. Alles klar, Curry. Du bist so durchklieben, ey. Ich hasse ihn. Der Curry ist so ein bisschen auch das Grundböse. Ich bin das Grundböse. Ich stelle mich nur dem nicht an. Guck mich doch mal an. Boah, ich habe Hunger. Oder schieß dich immer in den Tobi. Ey, Pardo, du musst jetzt überleben. Dann darfst du erst essen, okay? Boah, ich habe auch Hunger. Tobi, ich habe es gesehen. Ja. Entschuldigung. Kackwurst, Kackwurst, Kackwurst. Entschuldigung. Was? Let's gook, Mann. Hör doch zu. Ey, du hast Let's gook gesagt. Ja, genau. Der versteht immer das, was er verstehen will. Man hat das auch so verstanden. Unfassbar. Unfassbar der Typ, ey. Ach, das vermisst man ja schon. Ich habe Geduld. Du bist doch scheiße, bist du doch. Vielleicht hält den Omi jemand auf. Ich weiß es nicht. Hm. Der Curry ist hochgefahren. Ich bin noch nie damit hochgefahren. Ja, ich bin hochgefahren. Wer sich traut, der kann jetzt hochfahren, Leute. Ich würde mich... Oh, ihr seid so tot. Ihr seid so tot. Warte, warte. Ihr seid so tot. Scheiße. Geht gar nicht. Inne Nicke, inne Nicke, inne Nicke, inne Nicke, inne Nicke, inne Nicke, inne Nicke. Ah! Was war das denn? Wer ist da oben gestorben? Curry. Okay. Und jetzt du. Erik? Was denn? Tobi? Traitor? Was? Hä? Was soll das, Tobi? Hä? Irgendwas passiert da oben. Warum verdächtigst du mich immer sofort? Weil du der einzige bist, der jetzt noch redet und ich da auch die ganze Zeit oben was sterben höre. Ich bin doch der einzige, der auch als Traitor immer noch weiter redet. Und die anderen halten dann die Fresse, wenn sie jemanden umgebracht haben. Nne Tobi? Deswegen glaube ich ja, dass du's bist, lieber Erik. Achso, hä? Das macht doch gar keinen Sinn, was du redest. Jetzt denken wir drüber nach, was du gesagt hast gerade. Lass doch mal den Aufzug runterfahren. Hä? Den kann ich noch runterfahren lassen? Naja, einfach rausgehen oder den aufzuhören zu blockieren da oben. Achso, bitte. Ja, ja, bitte. Hä? Hä? So. Oh Mist. Bobby, was war das? Hm, nix. Ich habe nur eine Leiche gesehen, die sie gerade bewegt hat. Hä? Ja, ja, komm. Wo bist du? Wo bist du? Zeige dich. Wo bist du denn? Weiß ich. Du wolltest Gesundheit? Wolltest du nicht nach oben kommen? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Hä, du hast gesagt, ich soll dich am Fahrschul runterschicken. Nee. Das gibt es doch nicht. Wieso habe ich dich nicht getroffen? Das darf doch nicht wahr sein. Ey, meine Leiche? Nein. Tobi, nein. Nein, Tobi, nein. Ah! Hä? Warum? Ey, wie geil war das denn jetzt mit meiner Leiche? Die hängt irgendwie unter am Aufzug. Die hängt da auch runter. Genau, die hängt da gerade auch runter. Und die hat sich die ganze Zeit bewegt. Ich dachte, da wäre einer gefahren. Ich dachte mir so, machst du mal ein bisschen Sprenzken. Setz dich vor der Tür, wackel so ein bisschen mit dem Körper rum auf einmal höchst. Der Arsch, ey. Hast du nicht gesehen, wie ich gerade die Paaren weggeschossen habe? Ja, ich habe es gehört. Ich habe gar nicht gesehen, wie du da standst. Aber ich habe es nicht gecheckt. Ach so. Ich glaube, wie du deine Verrenkung machst. Spastische Bewegung darf man nicht mal sagen. Äh. Du bist da dran. Du bist da dran. Du bist da dran. Du bist da dran. Alter Tobi. Ey, das ist doch der Wahnsinn. Hey, nein. Oh. Hey, hey. Hey Paaren. Riech mal in meine Aktenstasche. Da ist deine Aktenstasche. Bitte was? Die ist für dich. Bitte was? Frohn Wakpa. Was? Was? Bitte was? Was? Oh. Frohn Wakpa. Frohn Wakpa. Tobi und die ultimative Lachkicke. Ähm. 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 Ach. So. Ist jemand oben im Fahrstuhl? Oh, cool. Irgendeiner ist hochgefahren. Ich wäre vorsichtig. Curry ist hochgefahren. Nee, nee. Ich fahre jetzt gerade hoch. Ich habe alles verbarrikaliert schon wieder. Alles klar. Paaren ist es. Ja. Äh. Hä? Au. Äh. Läuft. Ja, was denn? Ich war hier noch nicht. Ich bin gerade das erste Mal. Warte mal eben. Äh. Hä? Wie komme ich denn von hier aus aufs Dach? Was? Ey. Was ist das denn? Ähm. Was war das? Curry? Was war das? Nein. Nein. Curry? Nix Curry. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung was das für ein Jodeln war. Ich gehe auf jeden Fall weg. Geh Pan. Nein Pan. 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 Ich habe Angst alleine. Ich habe Angst alleine. Ich werde schießen. Geh raus. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Feige, 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 feige. Hä? Was denn? Hä? Wie? Was denn? Hä? Was ist das? Hä? Was denn? Das? Was denn? Curry, komm her. Curry, komm her jetzt. Tobi? 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 Was? Was? Oh mein Gott, ich spukt hier drin. Oh mein Gott, ich bin hier raus. Wie geil ist das denn? Das habe ich gar nicht gecheckt, ey. Die Pan hat noch so... Wie kann das denn sein? Wie ist das nur möglich, ey? Oh Scheiße. Tobi hat voll Angst gehabt bestimmt. Ja klar, und dann kam der Curry nicht. Das war voll kacke. Warte mal kurz, ich muss... Warte, 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 warte. Ey, ey. Ich geh top. Erik? Ja? Ey, du lebst ja noch, Erik. Na? Der Tobi zieht auf mich. Curry, weißt du? Oh, und Erik hat gerade zugegeben, dass er Traitor ist. Ja, Curry, weißt du doch. Die einzigen Runden, wo Curry mich nicht verdächtigt ist... Ich rufe nur den Fahrstuhl. Hm? Hm? Okay. Was hat er? Hey, Freunde. Hey? Geht gar nicht. Die Tür geht auf, auf einmal sehe ich jemanden, wie jemand gegen Hölzer schlägt. Könnt ihr mal bitte Fahrstuhl fahren? Ja, ihr versucht gerade. Ich habe ihn schon gerufen. Und er guckt einfach die ganze Zeit in Richtung Tür. Okay. Er hat 100-Proin gestrickt. Ah geil. Das ist ja gar nichts. Warum? Jetzt mal runterfahren. Es ist meine Akkentasche. Jetzt mal runterfahren wahrscheinlich. Ey, Fahn. Was war denn das? Tobi ist sowas von tot, Alter. Tobi ist sowas von tot. Fahn hat gerade den Tobi getötet. Sie hat ihre Momente, Erik. Ja, ich weiß. Erik, pass auf, bitte. Ja. Es ist sehr gefährlich jetzt. Pan? Pan lebt noch. Pan ist Traitor, Erik. Pan ist Traitor. Sie hat gerade den Tobi im Aufzug getötet. Du hast gerade selbst gehört, wie sie gefahren sind zusammen. Okay, ich werde mich den engsten stellen. Mach keinen Scheiß, Pan. Keinen Scheiß. Was? 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 Lebst du doch? Nee, ich lebe nicht, ich lebe nicht. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Pan, bitte schick mir mal den Aufzug runter. Pan, rede doch mal. Diese Unsitte immer nicht mehr zu reden, weißt du? Warte mal. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum gehen da die ganze Zeit... Wer macht da Türen auf? Wo denn? Wo denn? Ja, egal. Was ist denn für ein Geräusch? Irgendjemand läuft hier. Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob du Traitor bist oder... Also du bist nicht meiner Nähe, glaube ich. Äh... Hallo? Curry? Ja. Ah, gut. Okay, Pan ist es, Pan ist es. Ich habe es gesehen. Pan ist oben. Sie lebt noch. Ich habe dich gesehen, Pan. Hör auf! Wo, 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 wo? Ganz oben, wo man mit dem Aufzug hochfahren kann. Sie ist da oben. Pan, was ist los? Ich habe sie gesehen. Also ich würde den Curry ja immer gar nichts glauben, ja? Ja, ich glaube, Pan! Komm, Pan! Pan, warum bist du so? Warum redest du nicht mit uns? Ich finde das echt gemein. Mag uns nicht mehr, ist es das? Ich finde das voll gemein, dass der Curry das sagt. Komm, Pan, komm! Hä, was ist das denn? Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo der Curry ist. Fangen wir mal damit an. Fragst du dich jetzt, wie ich dich gesehen habe, ne? Ja, ich kann es mir denken. Ich kann es mir denken. Ja, wie denn? Wie habe ich dich gesehen? Mit deinem dritten Auge, mein Freund. Ah ja, genau, hinten auf mein Hinterkopf. Mit dem dritten Auge. Ja, danke. Mit dem dritten Auge. Ich kann nicht mal mit dem scheiß Aufzug fahren. Das regt mich auf. Der Tag ist gekommen. Erik, wo bist du denn? Ich bin jetzt im Haus. In welchem Haus? In dem Haus, wo die Pan gerade auf dem Dach sitzt. Aber ich komme noch nicht hin. Was machen wir denn jetzt? Wie bin ich? Komm, Pan, hm? Wo bist du, Pan, hm? So spielen, Pan, hm? Pan! Keiner, Pan! Scheiße. Was denn? Was denn, Pan? Bist du traurig, Pan? Hm? Hast du außerdem gekackt. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht tun. Pan, was ist los? Das ist jetzt aber ganz blöd gelaufen, ne, Pan? Ich muss hier weg. Pan, hm? Das ist doch blöd. Das ist alles blöd hier. Wie komme ich denn da hin? Pan, hm? Pan, wo bist denn du, hm? Weg! Warte mal, warte mal. Meine Hände sind voll schwitzig die ganze Zeit. Oh, ne. Das ist aber traurig jetzt so, Pan. Ja, mich macht das wirklich sehr traurig. Ja, dann, dann komm doch mal. Ich hab, ich hab Civa hier. Oh, scheiße. Pan hat mich erwischt. Nee, du darfst jetzt nicht sterben, Eric. Mach keinen Scheiß. Aber sie ist nicht aufm Dach, glaub ich, oder? Sie ist da auch rüber geflogen. Nach rechts, nach rechts. Sie ist im Jetpack rüber geflogen. Nach rechts. Hui. Okay, Eric, jetzt wird's nochmal lustig. Hui. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Stirbst du, Pan? Komm, stirb, komm. Höhle! Wo ist sie jetzt? War was für ein Glück du hast, der Penner. Haha, Entschuldigung. Fuck. Ja, okay, das ist... Pan, komm doch her! Scheiße! Pan, komm! Komm, Pan! Das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay. Das ist natürlich ein Problem. Ja, schade, ne? Mit der Waffe wird das nix. Curry! Dreck. Dreck. Die fliegt da die ganze Zeit hin und her. Ich konnte nicht mehr in den Auszug fahren. Was hast du mit Tobi im Aufzug gemacht? Das gleiche, was mit mir gemacht wurde. Aber Tobi war's nicht. Aber trotzdem. Tut mir neid. Das Geile war, der Boomerang hat mich getroffen. Ja. Aber ich hab nur 45 Leben gehabt. Und dann hat er mich nochmal getroffen. Boah, ich... Hä? Wie geht das denn? Ach so, auf dem Rückweg oder was? Nee, nee, ich musste zweimal. Ich musste tatsächlich zweimal mit den rechten Monsters. Hab ich das gemacht, dass er wiederkommen? Weil ich so fett bin oder was? Nein, du kommst doch nicht aus Indien. Was? Was ist denn hier los, Leute? Was? Was? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich dachte, wir spielen TTT hier, ey. Also, hu, hä? Wollt ihr hier? Hä? Politisch korrekt hier. Okay, ich mach jetzt was, Leute. Ich bin schon wieder kein Trader. Die Nasio. Hä? Jetzt kommt Curry gleich Tobi. Ja, ich hab's gesehen. Tobi hat ja mehr jetzt. Aha. Hallo, hallo. Tobi Nahtor hat schon wieder kein Skin. Der hat keine Titten. Moment. Mit was? Der hat keine Titten. Ich hab nur Titten verstanden. Für den Rest war wieder nichts. Titten. Wer ist denn mit dem Aufzug schon wieder gefahren? Ich glaub der Curry. 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 Ich bin mit dem Aufzug gefahren, Tobi. Titten, Joe. Titten, Joe. Titten, Joe. Titten, Joe. Titten, Joe. Titten, Titten, Joe. Willst du mal hochkommen, Tobi? Ich fahr hoch. Ich fahr jetzt hoch zum Curry. Wenn ich dann nicht mehr rede, wissen wir Bescheid. Quarktaschen. Ich hab da so ein Rohr, Tobi. Hast Bock, Tobi? Boah, Plot, wißt du? Die beiden sind wirklich ein Paar. Willst du mal ein bisschen knallern, Tobi? Tobi, hm? Äh, hallo? Hallo? Tobi! Ja, bitte lassen sie mich in Ruhe! Äh, wo kommt das Ding hier? Hä? Ach so. Tobi. Tobi, wie er jetzt extra nicht spricht, weißt du? Tobi? Es gab nicht mal einen Schuss, den man gehört hat, Tobi. Dieses Spray war irgendwie so lustig. Das Tobi schmeißt. Tobi li- Tobi grad getötet. Nein. Alter Curry, was ist hier los? Weiß ich doch nicht. Darf ich durch? Ja, darf ich durch? Ja, klar. Dankeschön. Sehr gerne, immer wieder gern. Boah, ist ne richtige Schwingtür. Ja, aber geh nicht ins Klo. Geh nicht ins Klo da hinten. Ja, die Schwingtüren sind echt nicht so gut. Okay. Also eigentlich dürfte sich Tobi dann jetzt erschießen, weil er nicht mehr spricht, ne? Und er stellt sich dann tot. Sag ich mal, das merkt ja eh keiner. Stimmt er mir dazu? Dann geh ich wieder hoch und dann schieß ich ihn dann. Ja, hau raus den Lachs. Echt? Okay. Dann mach ich das jetzt. Okay. Ich hab die Zustimmung. Pan, kannst du mir auch zustimmen, bitte? Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ada, da. Ada, da. Ja, ich darf sagen. Ja, du darfst. Das sieht furchtbar aus. Wie kommen wir da hoch? Hey, Typ. Ja, was denn? Wo bist du? Wie kommt man da hoch? Da hab ich mich auch gefragt. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bitte nicht schießen. Nein. Komm man hier so... Ich glaube nicht, dass es geht. Auch. Nein. Es geht nicht. Tobi ist hier oben, Tobi ist hier oben, Tobi ist hier oben, Tobi spricht doch hier. Tobi komm 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 komm. Ich schieße dich jetzt Tobi. Äh, schieß mich doch. Das ist ein Random Kill. Näh. Ey, willst du mich verarschen du Dreckiger? Warum bist du Wunde? Wunde? Warum bist du Wunde? Soll ich dich abknallen Alter? Ist das dein Scheißernst? Ja, mach doch. Mach den denn da. Guck wie aggressiv der ist. Ja, warum? Weil du grad zwei Minuten nicht gesprochen hast. Ja und? Ja und? Darf ich das nicht selbst entscheiden, wenn ich rede? Darf ich das nicht selbst entscheiden? Nein, nein, nein. Du musst doch hier alles bestimmen. Bist du so ein kleiner Diktator oder was? Hier bei TTT ist es darum zu sprechen, ja. Kleine Elf. Jetzt reib ich dir gleich irgendwie Margarine ins Gesicht oder so. Hä? Oh, geil. Hey, was ist das? 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 Ich hab grad Traitor und ich hab's nicht gemacht. Toi, was willst du von mir? Hau ab. Wisst ich. Komm, mach doch auf da. Ne. Könnt ihr mal bitte den Fahrschuh jetzt kommen lassen? Ja, der Curry blockiert den. Ja, ja, ich blockiere den. Da ist er doch schon. Ist er unten? Ne. Der ist oben. Lass ihn doch mal nach unten kommen. Erik? Ja. Ok, Erik lebt noch. Achso. Sag mal, willst du mich verarschen? Oh, was denn? Hä? Alter, ich will auch mal. Ich will auch mal. Das ist doch Scheiße heute, Mann. Hey, Alter. Du warst es. Ach, krass. Verfickte Scheiße. Erst der verfickte Stromausfall. Jetzt hab ich auch mal grad was anderes gemacht, außer dem verfickten Bumerang. Oh, Mann. Ach, das war ein Stromausfall, oder was? Ne, ich hatte heute hier im Haus einen Stromausfall beim Rendern. Und dann irgendwie im Rendering abgebrochen auch noch beim zweiten Mal. Oh, Alter. Heute ist es nicht mein Tag. Heute geht alles schief. Ja. Ich lösche alles. Ich lösche alles. Nichts funktioniert. Ein F-Street. Scheiße. Da war schon wieder eine neue Map. Egal. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigung. Endlich hast du mal einen Ton drauf, den Curry auch versteht. Halt die Fresse, Tobi. Ach, Tobi. Oh, das ist doch nicht wahr. Jetzt hab ich extra mal was anderes gemacht, als dem verfickten Bumerang. Ich nehm den Bumerang, weil es das einzige ist, was ich noch kenne. Hier läuft's an die Wand. Dann so. Ja, so schön. Trip war ja, dachte ich mir, wenn die Paaren gleich durchkommen, macht's bumm. Ja, wär auch cool. Hatte ich auch vor, aber dann bin ich selbst reingelaufen, irgendwie durch den Reifen. Oh, das ist nicht so geil. Oh, Mann, wie ärgerlich. So was mit dem Aufzug ist schon richtig nice, wenn man da ein bisschen... Heute klappt einfach nichts, klappt heute nichts. Ja, das kennt man bei mir letztes Mal auch nichts für uns. Bei mir klappt ja auch nichts heute. Wir sind alle scheiße. Außer Tobi. Boah, nächstes Mal spiel ich aber als Spectator mit. Dann hab ich die geilsten Szenen immer bei mir auf dem Channel. Ah, scheiße. Stimmt ja, ich kann's ja gar nicht annehmen. Ich hab grad überlegt, ob ich jetzt eine fette Pizza für den Besteller mit seit Tag heute irgendwie noch gut ist. Ah, das war ein Traum. Ich kann noch. Oh, ja. Ich kann noch. Achso, wir müssen eh kurz die Aufnahme beenden. Äh, nächste Folge. Achso, ja, dann beenden wir mal kurz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis übermorgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss Freunde. Nächste Runde ist er besser. Tschüss. Das war mein Penis. So. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs trotzdem Zuschauen. Ciao mit V.